ich bin mir sehr sehr unsicher ob das der kürzeste weg ist den ich nehme ich denke da kann man auch sicherlich noch irgendwo anders lang rennen dass man dann noch schneller hinkommt wo das mit dem durchrennen hat schon eine sehr gute idee war glaube ich das hat zumindest bisher sehr gut funktioniert sagen muss man so na der war nicht so ein kleiner schrothaufen so da haben wir aber ups also als anzeige also es wird schon der richtige weg gewesen sein so ok und der typ hier unten der hat uns ja gerade geärgert die geärgert da war wenn ich in dieser pampe stehe dann ist irgendwie vorbei es funktioniert irgendwie gar nicht das kann doch nicht sein der eine typ da in der ecke bringt uns um sei vorsichtig da draußen das ist ne das ist einfach nur krass ich weiß nicht ob man das so so mit dark souls vergleichen kann weil bei dark souls da da fällt man zwar auch in so ne so ne sachen rein weiß auch dass kleine gegner ein sofort umbringen können aber gefühlt dadurch dass man in dark souls halt mehr leben bekommt ist es nicht ganz so schlimm da überlebt man so ne sachen und hat zumindest noch einen fortschritt den ich hier gerade halt einfach nicht sehe weil wir halt immer an derselben stelle sterben kommen fünf meter weiter und dann sterben wir wieder und sterben wieder und sterben wieder so sind wir wieder hier er hat jetzt diesmal einen geschützten kopf also und schüss so und versuch nummer drei Aber warum eigentlich? Eigentlich könnte ich ihn da auch einfach stehen lassen. Der tut ja geben was. So, wo sind wir hier? Da gibt es was zu holen. Blaue X-Kabel. So, wo sind wir? Zubau bleibt ja hier kann man halt noch nix aufmachen ich weiß nicht ob wir es nicht müssen ich werde euch nicht aufgeben ich dich auch nicht ich habe den weg zu den fernzügen markiert da steht überall exit in dicken roten lettern nicht mal du kannst es verpassen und da haben wir den ausdauer boost ja kontaminierung registriert lockt aktiv wenn ich mir das jetzt nicht gedacht hätte entsorgungsverfahren eingeleitet bitte bleiben sie während des säuberungsverfahrens in position ja da ruht er einmal aus und dann ist man hin man weiß gar nicht wo es herkommt schön ne wir helfen gern aber irgendwo hättest es doch jetzt da hätte es doch jetzt eine abkürzung geben müssen kann ich mir nicht vorstellen dass man da jetzt einfach halt nur zum boss gehen kann und dann ist vorbei hallo zieh doch mal bitte auf die weichteile manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen pass auf dich auf als spiel macht mich fertig den ganzen weg wieder runter ich bin mir noch ein bisschen unsicher ob man dieses spiel tatsächlich bei youtube hochland oder ob man das jetzt hier wirklich einfach nur im stream machen und dann ist gut so ihn würde ich jetzt hier aber halt gerne mal besiegen das müssen wir glaube ich gar nicht und glaube ich nur da hinten ran sein eines objekt was er hier beschützt der war unnötig der war unnötig so mechanisches gegengewicht v1 aber wir haben doch schon v11 was haben wir denn mit v1 ist doch schwächer ok gut haben wir uns diese ecke angeguckt so irgendwo dann doch hier noch ops dran oder ach so ach zu das ging ja immer noch nicht zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden da kann ich doch nichts für ah guck mal hier geht es noch hoch toll hier geht es hoch zum ops wo kommen wir jetzt hier raus im materialdepot ach hier sehr sehr schöne abkürzung schön dich zu sehen würde gerne nur noch mal gucken wir haben ja unsere drohne hier hinten registriert irgendwo glaube ich die drohnen registrierung müssen wir denn hierhin auch zurück um die zu verbessern das kann ich mir nicht vorstellen oder kommunikationsstationen nee das muss doch auch das muss doch auch unten an der medibay gehen oder alles andere wäre ein bisschen seltsam warte stand da gerade was wird mit der zeit immer nützlicher halte nach drohnenmodulen ausschauen um ihr neue tricks beizubringen tatsächlich haben wir ja schon neue drohnenmodule ich weiß halt nur nicht wo wir die einbauen dies ist keine genehmigte pause doch aber sowas von so lasst uns mal hier schauen montageeinheit zerstörte teile wiederverwerben wunder wunderhübsch wir können doch einfach mal die ganze ausrüstung die wir anhaben mal vielleicht doch wirklich ausrüsten wir haben zum beispiel ein kopfmodul was noch gar nicht besetzt ist und ein linkes bein wo wir einfach mal acht abwehr mehr kriegen ist ja schon mal eine hausnummer ne so implantate technisch sieht es auch nicht besser aus schemata nee das möchte ich auch nicht organizer sind wir auch irgendwie falsch profil stab und zweihändig ist das nicht dasselbe ist eine zweihändige waffe nicht ein stab ab finde ich ein bisschen seltsam so und einen helm müssen wir uns mal bauen können wir zwar nicht tragen weil kernenergie voll aber wäre schon cool so haben wir denn ein kopfmodul hier ein verbraucht das das rino kopfmodul hat mal auch wenn den schaden gepanzert und ungepanzert plus und minus achtel nee das macht ja gar keinen sinn na gut nee das mal aufwerten waffenbaupläne haben wir gar nicht nee wir bekommen die waffen immer nur aber aufwerten ist nicht so drin so können wir denn klinge powergriff angriffsgeschwindigkeit niedrig das möchte ich nicht verstärkte rohr möchte ich auch nicht die kolbenstange ist auch doof der pax imperator oder der titan alles alles niedrige waffen also angriffsgeschwindigkeit niedrig so meine ich das ich will nicht diese langsamen waffen ich habe tatsächlich nur drei mittlere waffen und davon haben wir uns glaube ich schon die beste rausgesucht einzige was man mal probieren könnte ist halt noch dieser stab bis zu 71 kriegen wir den noch das macht gar keinen so großen unterschied von den von der waffen schadensart her guck mal die macht nur 74 maximal die kommt auf 75 maximal und dafür sind die langsam würde gern mal den pax imperator da testen würden diesen komm jederzeit wieder der ist aber wirklich mega lahm der ist aber wirklich mega das ist mir nüßt Quatsch. Auch eine schöne Waffe. Aber ich möchte, glaube ich, tatsächlich bei meinem Trennschleifer bleiben. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo ich denn diese Drohne verbessern kann. Wir haben neue Implantate, das ist ganz, ganz toll. Sortiert nach Neuster, so, Verbrauch der Energieleistung, Energieverbrauch, Ausdauer, Boost, plus 10 Ausdauer. Ganz tolle Sachen, aber hilft uns alles nicht weiter. Wo können wir unsere Drohne verbessern? Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen. Das ist dort sicher. Das kennen wir schon? Gerne. Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, da rauszugehen. Hier drin bin ich sicher. Sieht aber schon echt ein bisschen albern aus, unser Reki, ne? Hm. Stufe zwölf. Hast du eine Schwachstelle irgendwo? So, aber die Tür geht jetzt hier. Warum geht die denn plötzlich? Achso, wir haben irgendwo was aktiviert, ne? Recycling. Das hätte tatsächlich fast funktioniert, Herr Kollege. So, kleine Dreckstau. So, wo kommen wir da hin? Das schauen wir uns gleich an. Ich würde gerne hier erstmal noch schauen. Ah, hier sind wir, okay. Oh, jetzt nicht drauf gehen. Okay, das haben wir. So, wo geht's hin? Nach unten. Okay. Nicht so die Strecke, die ich erwartet hätte. Da liegt noch was. Einen Vital Boost. V1. Und das war's. Okay. Ich frage mich gerade immer noch, wie man den einen Typen in seinem Exoskeletter hätte helfen können. An dem sind wir ja jetzt einfach vorbeigerannt. So, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Die hier geht ja komischerweise noch nicht. Da reinstellen sollte man sich auch nicht auf Dauer. Und da kommen wir nicht durch. Okay. Wie viel Metall haben wir bei uns? Ähm. 1300. Nee, ich würde mich tatsächlich erstmal weiter umgucken wollen. Bevor wir uns jetzt hier wieder mit dem Boss betteln. Und halt, äh, ein paar Level machen. Ein paar Punkte sammeln. Irgendwo müssen wir ja noch was vergessen haben. So, da können wir nicht gescannt werden. Und hier hat man ja eigentlich auch alles gefunden. Wo ist denn der Hammer-Typ? Der Mann mit dem Hammer ist weg. Bist du irgendwo eine Schwachstelle? Der Arm. Nett. Okay, aber hier, die Türsteuerung geht halt auch noch nicht. Und das war richtig fies. Kommt der genau in dem Moment angesprochen, wo ich wieder verwundbar werde. Kommt jederzeit wieder. Ärgerlich. Hallo? Mach doch das nicht mit mir. Zack, Knilz. Alles gut bei euch? Ihr seid so still heute. Ich hab da immer ein bisschen Angst, ob ich nicht mehr online bin oder so. So, okay, Giftmüllaufbereitung. Wir wollten hier nochmal hoch. Was? Und Scarab-Brust-Modul. So sagt er einfach nur, yo. Yo, Kohli, yo, Kohli, yo. Und den Helm nehmen wir auch noch. Scarab-Kopf-Modul. Oh, nicht diese Karre. Ja gut, wir drehen wir um. Das muss nicht sein. Ah, hier ist der Hammermann. Schade. Er hätte gerne sein Kopfteil gehabt. Aber da hat er mich jetzt ein bisschen aus dem Takt gebracht. Oh, Gott, Gott. Na, komm. Und wieder keine Teile für uns. Ich schade auf. Schade. ungs-